wird diese Textur mit allen betreffenden Settings on demand im Arbeitsspeicher erstellt. Willkommen! Heute erzähle ich euch etwas darüber, wie der Animationsgenerator von A World of Little Legends funktioniert. Wenn wir ein neues Spiel starten, können wir uns eine Spielfigur zusammenstellen. Und diese Spielfigur verfügt über Animationen. Wir sehen das hier bereits am Blinzeln, aber natürlich in-game dann auch über weitere Animationen, Laufen, Angreifen, die Axt verwenden, Dinge aufheben, etc. Und wir können so ziemlich alles an dieser Figur editieren. Also wir können das Geschlecht ändern. Wir sehen das hier an den Kleidungsstücken, die sich verändern. Wir können hier die Rasse verändern zwischen Menschen, Elfen und Katzenvolk. Genauso können wir aber auch grundsätzlich andere Frisuren auswählen. Und alles dies ist immer entsprechend auch eingefärbt mit Farben, die ausgewählt sind. Wir können noch einen Bart hinzufügen. Und die Animationen funktionieren alle immer mit dem gesamten Setting. Also gehen wir zum Beispiel hier noch auf die Hautfarbe. Machen wir uns mal vielleicht einfach einen ganz blassen Vampircharakter. So. Ganz blasse Haut. Dann ein sehr, sehr schöner Bart. Diese Frisur. Und wir hätten jetzt gerne eine vampirtypische, sehr, sehr dunkle Haarfarbe. Wir könnten jetzt auch noch die Augenfarbe ändern. Das ist alles unterstützt. Das ist dann die Spielfigur. Wir können auch verschiedene Farben auswählen. Wenn wir beispielsweise hier etwas kräftigere Farben gerne hätten, dann können wir die auch anwenden. Und wie man hier sehen kann, wird die Farbe, die ich anwende, auch noch hier mit verschiedenen Helligkeitsstufen angewendet. So, dass natürlich die Schattierungen zu sehen sind. Wir haben auch noch die blassen Farben. Die sind dann deutlich entsättigter. Und es gibt ein gewisses Problem. Beispielsweise alleine schon dabei, wenn man eine Farbe anwenden möchte. Zum Beispiel auf eine Grayscale Map, um die Farbhelligkeit zu verändern. Da kann es vor allem in den Extremen, also sehr hell und sehr dunkel, zu einem deutlichen Sättigungsverlust kommen. Das heißt, wir schauen uns gleich an, wie das Ganze umgesetzt ist. A, dass wir überhaupt so viele Dinge miteinander kombinieren können. Und B, wie das mit den Farben funktioniert. Neben den Frisuren und den Bärten kann man im Game übrigens auch noch den Body selbst austauschen. Indem man neue Kleidungsstücke, zum Beispiel eine Tunika oder eine Lederrüstung craftet. Um eine Animation zu erstellen, gehe ich zuerst in Aspirite. Ursprünglich sogar in MS Paint XP, man sollte es nicht glauben. Her und erstelle mir meine Animation, wie sie aussehen soll. Diese Animation besteht aus einem Body. Dieser Body verfügt tatsächlich nur über drei Zustände für jede beliebige Animation. Und dieser Body wird kombiniert mit Armen und Schuhen. Das heißt also, das ist der Body für die Frontansicht, der Body für die Rückansicht und für die Sideansicht. Da gibt es lediglich die Variation noch zwischen Männlein und Weiblein und eben verschiedenen Bodies. Daraus ergibt sich jedoch die exakte Position des Kopfes, wo er am Body sich befindet, wo genau der Body innerhalb des Frames sich befindet, wie die Arme aussehen müssen, wie die Schuhe aussehen müssen und wo diese sich befinden. Das ist die Grundlage. Und wenn die Animation so zusammenpasst und gut aussieht, dann zerlege ich all diese Einzelteile in ihre verschiedenen Layer. Wir sehen hier ein Beispiel. Die Arme sind hier wieder farbentsättigt. Also sie sind reduziert worden auf Grautöne. Und das passiert für alle Elemente der Animation, welche vom Spieler färbbar sind. Das betrifft also alles, was Haut ist, alles, was Haare sind und die Augen. Diese Teile werden alle farbentsättigt. Die Bodies sind ganz konkret gemalt und damit abgelegt in verschiedenen Varianten. All diese Einzelteile, die ich gerade erwähnt habe, die landen dann in einem eigens erstellten Animation Creator Tool. Wir sehen hier eine ganze Menge von verschiedenen Armpositionen für die verschiedenen Angriffe oder für das Movement, für das Laufen. Jedes Frame zugewiesen. Hier beispielsweise Arm, Stick, Down, 2, 3, 4 und so weiter. Und danach kommen die verschiedenen Bodies. Wir haben ein Adventure Suit, wir haben ein Leather Armored. Das Ganze in Male und Female Varianten in den verschiedenen Ausrichtungen. Dann kommen Ohren. Dann kommen Augen. Hier, das erkennt man auch wieder sehr schön, sind die ganzen Frisuren. Die auch aus zwei Layern teilweise bestehen. Und im Anschluss haben wir dann noch verschiedene Köpfe und die Schuhe, die mit den Bodies kombiniert werden. Und all diese Grafiken werden durch ein Animation Creator zusammengefügt anhand von einem Setup zu den einzelnen Animationslayern. Und das aber wieder in Form von kompletten Sprite Sheets. Diese Sprite Sheets sehen wie folgt aus. In unserem Output Folder schauen wir uns einmal die Pickup Animation an. Hier haben wir zwei Animations Frames beim nach unten greifen. Und wir sehen hier verschiedene Animations Sheets, die generiert wurden. Die Arme dafür, die verschiedenen Bärte, die Bodies und so weiter. Wir gucken uns einmal den Adventure Suit Body an. Hier sehen wir verschiedene Positionierungen der Schuhe beim Aufsammeln. Wir können uns einmal eine Frisur ansehen. Zum Beispiel nehmen wir mal diese Frisur. Und dabei sehen wir, dass die Frisur in der Höhe sich verändert. Beim Bücken, während die Figur sich nach unten bückt beispielsweise. Oder hier auch einen horizontalen Versatz beim seitlichen, weil die beim Bücken sich natürlich nach vorne bewegt. Und diese Animation Sheets gibt es für jede einzelne Animationsstrecke. Und wir sehen hier wieder sehr deutlich, alle Dinge, die färbbar sind, also in dem Fall zum Beispiel die Haare, die Arme und irgendwo müssten auch da unten genau die Köpfe sein. Die Dinge, genauso wie auch die Augen und die Ohren, sind in Graustufen gehalten, während die Bodies fertig gemalte Sprite Sheets sind und dementsprechend auch so Einzelgrafiken und so zu Sprite Sheets zusammengefügt wurden. Hier sehen wir ein Konfigurationsfile für eine Animation, in dem Fall die Slash-Animation. Das ist die mit dem Schwert horizontal schlagende Animation. Und jede einzelne Ebene für die Animation, also der Body, der Kopf, die Haare und so weiter, werden hier definiert, welche Grafiken verwendet werden sollen, in welchem Frame und welche Y- oder auch X-Offsets die Grafiken innerhalb des Output-Files haben sollen. Und so ergibt sich hier eine Strecke aus jedem einzelnen Frame innerhalb dieser Animation, dann für jede Richtung wird dies wiederholt. Hier haben wir die seitliche Animation, jeweils mit der Anzahl der Frames, die benötigt werden. Und damit sind sämtliche Elemente für diese Slash-Animation definiert. Und teilweise sind hier Replaceable-Optionen drin, beim Kopf nicht. Die Köpfe sehen alle gleich aus, aber beispielsweise im Body haben wir hier einen Placeholder für Variationen. Dort kann eingefügt werden, welche Art von Body das ist, also welche Rüstung und mit welchem Geschlecht. Und dementsprechend können diese Variationen, wie wir sie hier sehen, durchiteriert werden und so viele Sprite-Sheets mit den verschiedenen Bodies erstellt werden. Jetzt befinden wir uns im Sprite-Builder, dem Kernstück, der sich in Unity befindet. Alles, was wir bisher gesehen hatten, befand sich außerhalb von Unity. Das waren nur vorbereitende Arbeiten, also in Aspirite die Animation vorbereiten, die einzelnen Layer voneinander trennen, die Einzelgrafiken abspeichern und dann per Node-Script zu diesen Animations-Sheets zusammenzubauen. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit diesen einzelnen Animations-Sheets? Wie wenden wir die tatsächlich an? Viele Tutorials schlagen vor, dass man solche Animations-Sheets nimmt und alle in einem GameObject anordnet, übereinander, dann dementsprechend einfärbt. Das geht teilweise relativ einfach, indem man die Sprite-Farbe dann verändert und einfach eine Color auf das Sprite anwendet. Aber wie bereits erwähnt, dadurch hat man teilweise die Probleme der Sättigungsverluste, wenn man einfach nur direkt eine Farbe auf Graustufen anwendet. Das Problem wollte ich zum einen beheben, zum anderen kann das bei sehr, sehr vielen Layern, bei einer komplexen Figur. Wir sind hier schon bei mehreren Layern, wie wir sehen können und da werden auch noch weitere dazukommen. Hüte, Accessories, vermutlich ein Schild oder eine Zweitwaffe etc. Dementsprechend nehmen eventuell die Layer noch weiter zu und das würde bedeuten, wir drawen immer mehr Pixel übereinander. Wir haben immer mehr GameObjects, die wir auch alle in den Animationen natürlich miteinander synchronisieren müssen. Denn wenn ich insgesamt acht Layer habe und ich möchte eine Walk-Animation ausführen, dann muss ich diese Walk-Animation ja auf jeden einzelnen Layer auch wieder anwenden. Dadurch wird das auch wieder ein wenig komplizierter. Daher ist die Lösung, die ich hier angegangen bin, diese ganzen Texturen zu laden und in einer neuen virtuellen Textur abzulegen, sodass wir nur ein einziges Sprite-Sheet haben für jede Animation und auch nur das Sprite-Sheet mit der Konfiguration, welches wir aktuell brauchen. Das funktioniert also so. Wir haben eben diese verschiedenen Varianten, von denen wir vorher gesprochen hatten. Beispielsweise für den Body haben wir den Type. Das wäre beispielsweise eine Leather Armor und als Secondary haben wir dann noch das Gender, also Female oder Male. Dementsprechend kann dieses Sprite-Sheet, welches gerade eben generiert wurde, hier beispielsweise eine Leather Armor Female geladen werden. Und genau so machen wir das mit allen anderen Dingen auch. Beim Kopf, haben wir ja vorhin schon gesehen, gibt es keine Variationen in der Form, aber es gibt verschiedene Bärte, verschiedene Frisuren, verschiedene Ohren, verschiedene Augen. Und diese ganzen Sprite-Sheets lade ich herein und erstelle dann basierend auf der Größe dieses Sprite-Sheets eine neue Textur, also eine New Texture 2D und male dann alle Pixel sukzessive hinein. Und bei den Layern, auf die das zutrifft, wird auch noch ein Repaint, also ein Coloring von den Pixeln vorher angewendet. Das funktioniert über diese Draw-Funktion. Also ich drawe in die Texture die Body-Textur und hier wird eine Farbe mit hineingegeben, also wenn diese entsprechende Textur noch gerepainted werden soll. Eine Textur zu repainten oder einzelne Pixel zu ersetzen, ist relativ einfach. Man bekommt einen Array der Pixel über die GetPixel-Funktion. Das heißt, ich kann mir erst mal alle Pixel der finalen Textur geben lassen und dann auch noch die Pixel der Textur, die ich als nächsten Layer on Top drawen möchte und kann dann sämtliche Pixel, die nicht vollständig transparent sind, übermalen. Ansonsten würde ich ja einfach bestehende Pixel mit den transparenten Pixeln überschreiben und dann den darunterliegenden Layer immer löschen. Das ist das, was hier passiert. Und ansonsten repainten wir den vorhandenen Pixel. Wir nehmen also den einen Pixel aus der Zieltextur und den einen Pixel der neuen Textur, die drüber gemalt wird und die Farbe, die wir gerne hätten. Wenn wir gar keine Farbe haben wollen, dann wird dieser Pixel direkt zurückgegeben. Ansonsten schauen wir, ob wir einen voll sichtbaren Pixel haben. Dann wird die Farbe direkt überschrieben. Ansonsten wird die Farbe gealphablendet. Also wir können dann die Farben auch hineinblenden. Eine relative Farbe, und das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, diese Färbefunktion, nimmt die Helligkeit der Graustufenkarte und schaut dann, wie stark die Helligkeit von diesem Pixel, der reingegeben wird, verändert wird, um rückwirkend die Sättigung genau entgegen der Helligkeitsveränderung wieder anzupassen. Das ist dieser ganz kleine Punkt, der hier stattfindet. Diese kleine Berechnung sorgt dafür, dass die Sättigung nicht beibehalten wird. Und wir nehmen mal an, wir haben zwei Farbwerte. Der eine ist ganz klein, RGB. G und B sind relativ klein, R ist sehr, sehr hoch. Ein heller, roter Wert. Wenn wir immer, immer dunkler werden, dann wird dieser Balken immer kleiner, nähert sich also immer mehr den anderen beiden an. Dadurch geht Sättigung verloren. Es wird dunkler und die Sättigung geht verloren. Und wenn wir diesen Saturation Change gegenrechnen mit dem Value zwischen dem Pixel und der Farbe, die wir anwenden wollen, dann können wir diese beiden Balken wieder ein bisschen voneinander entgegenschieben und dadurch die Saturation einigermaßen beibehalten. Dadurch sind eben die Extremwerte sehr, sehr dunkel oder sehr, sehr hell nicht immer mehr Richtung grau gehend, sondern haben immer noch eine schöne Sättigung. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt an diesem gesamten System. Und beim Alpha Blending wird eben das entsprechend mitberücksichtigt, wie viel Prozent dieses Wertes vorhanden ist, zu wie viel Prozent die Farbe hineingeblendet werden soll. Im Anschluss an das Repainting der einzelnen Layer und Aufmalen immer on top der bereits bestehenden Ziel-Textur müssen wir noch ein paar Optionen setzen. In dem Fall haben wir ein Pixel-Art-Game, also müssen wir den Point-Filter-Mode aktivieren. Wir wollen auch einen bestimmten Wrap-Mode, in dem Fall den Clamp-Mode, aktivieren. Und damit diese ganzen Pixel, die wir hineingeschrieben haben, auch tatsächlich in der Textur angewendet werden, müssen wir am Schluss noch den Apply-Befehl ausführen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten sehen wir die Änderungen auf der Textur nicht. Und nun haben wir eine ganz reguläre Texture, genauso als hätten wir eine Texture innerhalb von Unity, wie sie zum Beispiel in einem Sprite vorkommt oder wenn wir per Resource-Loader eine Texture von der Asset-Database beispielsweise laden. Und diese Texture können wir also einfach einem Sprite zuweisen. Dann haben wir jetzt also eine finale Textur, ein finales Sprite-Sheet, in dem eine komplette Animationsstrecke drin ist mit allen Layern in der richtigen Reihenfolge, in der richtigen Färbung. Beispielsweise ein Texture-Sheet der Walk-Animation. In der ersten Zeile haben wir die Richtung Up, in der zweiten Zeile die Richtung Down und in der dritten Zeile die Richtung Sidewärts. Und diese gesamte Textur ordnen wir dann einem Sprite zu. Dort kann man dann auch noch, wenn man möchte, dynamisch die Textur slicen oder die Offsets berechnen, wie viel tatsächlich von einem Ausschnitt gezeigt werden soll, um die Animation abspielen zu können. Um die Animationspfade zu erstellen, slice ich nun einzelne Sprites aus der Textur, die wir gerade generiert haben, heraus. Das funktioniert in etwa so. Wir wollen wissen, wie viele Steps diese Animation haben soll. Das ergibt sich aus der Größe der Textur und der Größe der einzelnen Frames. und dann erstellen wir einfach neue Sprites, basierend auf der Textur und dem entsprechenden Slice an der Position. Wir geben auch eine Pivot-Position mit, Standard zentriert 0,5 und unsere Pixels per Unit, die wir haben wollen. Dementsprechend ergibt sich eine Liste an Sprites, die wir in einer Animation nach und nach entsprechend einfach zuweisen können an den Sprite-Renderer und damit eine ganz normale Animation erstellen können. Hier sehen wir nun also die finale Version. Wir haben eine Walk-Animation, wir haben hier auch ein anderes Kleidungsstück, einen ausgetauschten Body. Wir können Dinge pflücken, wir können eine Angriffs-Animation ausführen, all diese Dinge. Und diese Sprite-Sheets, die hier gerade in der Animation zum Einsatz kommen, sind also rein virtuelle Sprite-Sheets, rein virtuelle Texturen. Das ist keine Textur, die irgendwie vorab generiert wird und auf der Festplatte abgelegt wird, sondern anhand der Funktionen, die wir gerade gesehen haben, wird diese Textur mit allen betreffenden Settings On-Demand im Arbeitsspeicher erstellt und dann einfach nur angewendet und sobald wir irgendetwas an der Spielfigur ändern, beispielsweise wir nehmen das Kleidungsstück heraus, wird diese Textur neu generiert mit den entsprechenden Settings und dann angewendet und die andere Textur wird einfach aus dem Arbeitsspeicher herausgelöscht. Und so funktioniert das Animations-Multilayer-System mit allen Färbeoptionen in A World of Little Legends. Ich hoffe, das hilft dem ein oder anderen bei den Überlegungen, wenn man mal ein komplexeres Animationssystem bauen möchte mit vielen, vielen Optionen der Charakterindividualisierung. Übernehmt gerne Teile des Codes, der zu sehen war, das ist völlig in Ordnung und dann viel Spaß beim Implementieren und vor allem auch viel Erfolg. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.